Leute, die mit mir zusammenhören, oft benutzen sie sich nicht. Wenn du deine Telefonkarte schaust, Alter, das ist echt der absolute Hammer. Hier war kurz ein Cut davor, und ich begrüße euch wieder zu South Park, den Stab der Wahrheit. Die ganzen... Die ganzen Nazi-Zombie-Kinder haben sich jetzt tatsächlich an den Leuten vergangen. Das ist einfach nur genial. So, und jetzt nochmal Professor Chaos, zu guter Letzt. Hau rein, Digga! Ich mag Butters einfach, weil der einfach das allergeilste Dings hat. Jawoll, den Chaos-Hammer! Packen aus und klatsch! Beruf, Junge! Jawoll, wir haben die Zombie-Verhördung zerstört. Wir gewinnen meistens, wir gewinnen immer Butters, das weißt du. Nicht nur meistens. Das ist ja rissenes Kondom. Hm. Ah! Zwei Nazi-Ratten. Aber... Ich hoffe, dass ihr Pferd nicht angst, aber ich muss euch schmerzen. Das ist doch heftig, Mensch. Da macht das Spiel überhaupt gar keinen Spaß. Jawohl. Kamehamehamehaaa! Genau, das geschieht denen recht. Da sagst du, was war das, Butters. Und wir sind Level 12. Sie sind überall! Was sind sie? Alter! Alter, daraus geht dein Holoskost ab. Alter! Überhaupt nicht krass. Skyler hat uns eine Nachricht geschrieben. Schauen wir uns das mal an. Was er geschrieben hat. Okay. Einfach durchrennen. Alter. Alter, das sieht übel aus, ja. Ich glaube, sowas geiles und aggressives habe ich noch nie gesehen. Okay. 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 Ähm. Ähm. Alienso. Ne. Okay. Wir müssen uns erst klein machen. das wäre ja oben durch können führte es mal war Ja, Wattas, du kannst da auch was machen, oder? Kannst du nicht? Gut, dann, hm, den können wir dann nehmen. Kyle, kann Della was machen? Vielleicht kann jemand mit Wasser helfen. Wasser, er hat Wasser. Stimmt, äh, Stan hat Wasser, der hat doch seinen komischen Köter. Das Hund. Dein Wort ist die Kommande, mein Herr. Es ist wert, dass es sich nicht mehr so ist. Sparky! Hier, Leute! Alter, der hat ja einen Strahl, ey. Ich glaube, manche Menschen können auch nicht mal so pinkeln. Manche Leute können, glaube ich, gar nicht so pinkeln. Es geht gar nicht. Ja, Moment. Jawohl. Kinder. Alter! Alter, das Biest, das hat mir ordentlich Damage gegeben, gerade. Leck mich mal fett an der Cojones. Ich glaube, meine Mutter hat ein ziemlich süßes Job mit meinem Kostüm. Alter, das Biest, 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 das Biest. Na? Okay, ein Feito Skintal hat jetzt quasi schon mal Daumen gemacht. So, ähm. Nehmen wir mal Cartman. Einfach mal so zum Testen. So, was hat Cartman denn so wunderschöne? Magische Rakete, Immun, Fähigkeiten, Flammschlag. Wenn nur Cartman, kann man mich jetzt sehen. Loll! Ah, war mega geil, Digga. So, wir nehmen jetzt auch mal wieder Butters. Weil Butters ist einfach König. Weil er das ideale Opfer ist. Das ist es, das ist! Das ist die Aufbau ist. Code green. Es ist nicht secure! Es ist nicht sicher! Es ist nicht beschädig! Was sind die Überlegung? Es ist nicht beschädig! Alter, leck mich fett. Was ist denn das bitte für Fötus? Alter, ist das ein Fötus, Digga. Heiliger Bonusschaden. Alter, du dreckiger Mongo-Fötus. Fötus, Junge. Können wir die eigentlich auch beschneiden? Ja. Wir können die Nabelschnur beschneiden. Ist ja geil, Mann. Ähm, ja, Heilung. Danke, Brothers. So, und jetzt gib ihm, Alter. Aber mit Gefühl. Erstmal die Nabelschnur kaputt machen, Alter. So, die dürfte erst mal gleich down sein, die Nabelschnur, würde ich mal sagen. Oder, Alter. Mit der Ismere rangehen. Ja. Die ist kaputt. Professor Chaos. Ich bitte Sie, greifen Sie in den Fötus an. Warte, er scheint mächtig sauer zu sein, der Fötus. Und da kommt schon der Kamehameha auf drauf. 1700. Na gut, das hat jetzt nicht wirklich viel Schaden gemacht. Aber schon eine Menge. Ähm, ein Machtrank. Ach, ich bin angewidert. Leck mir doch die Kucheness. Digga. Ähm. 1500 heiliger bonusschaden so 22 ab geht's mit unserer ägyptischen plage Wattas braucht eigentlich auch mal so ein Ding Alter das hat ordentlich damage gemacht Wobei ist gestorben der riesen nazi fötus von chloe kedashian Ja können wir den irgendwie noch ausweiden Alter wir können das Ding tatsächlich ausweiden ist das übel Na gut wir haben das Ding gerade richtig fett zusammen gemanscht Was ist das Ding ist nichts mehr übrig geblieben Was werden wir jetzt machen Ähm ich will Machen wir das hier nochmal Und ich würde sagen Wie es weiter geht Das machen wir dann morgen Ich hoffe ihr seid auch dann wieder dabei Bis dahin euer Kulani Hade 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 Hade